Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! In deinem Zuhause, Stier, könnten Missverständnisse und Verwirrung aufkommen. Deine scharfe Intuition und dein Einfühlungsvermögen werden dir jedoch helfen, die Situation zu entschärfen, zumal du diplomatischer bist als sonst. Außerdem könntest du eine Welle der künstlerischen Inspiration erleben, die zu einem neuen Projekt von großer Bedeutung führen könnte. Dieses Vorhaben könnte erhebliche Auswirkungen auf deine Karriere haben oder dir neue Möglichkeiten eröffnen. Wenn du den Kräuterextrakt aus der Sägepalmenbeere noch nicht kennst, ist es höchste Zeit, dass du dich mit seinen Vorteilen vertraut machst. Es ist klinisch erwiesen, dass dieser Extrakt unter Leibskrämpfe bei Frauen lindert und die Gesundheit der Prostata bei Männern fördert. Das Thema der Linderung von Leiden erstreckt sich auch auf andere Aspekte deines Lebens. Häufige Beschwerden wie Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen lassen sich oft zumindest teilweise lindern, indem du mehr Wasser trinkst und gelegentlich Yogaübungen in deinen Alltag einbaust. Diese Lösungen mögen einfach erscheinen, aber ihre Wirkung kann tiefgreifend sein. Um ein Gleichgewicht zu erreichen, musst du einen Weg finden, das Hamsterrad der Gedanken in deinem Kopf zu verlangsamen. Tritt einen Schritt zurück und betrachte das Gesamtbild. Versuche, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Lass nicht zu, dass kleine Probleme bei der Arbeit deinen ganzen Tag trüben. Manchmal kann ein Perspektivwechsel bemerkenswert effektiv sein, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Es sieht so aus, als ob heute wichtige Entscheidungen in der Liebe anstehen, die davon abhängen, dass du bestimmte Themen ansprichst, die gründlich diskutiert werden müssen. Die Energie des Tages könnte dir die Möglichkeit bieten, dich in diese Angelegenheiten zu vertiefen und das Gespräch so lange zu führen, bis beide Seiten zufrieden sind. Ab einem bestimmten Punkt könnten sich Worte erübrigen, da du viel zu beschäftigt sein wirst, um dich auf ein Gespräch einzulassen. Wenn wir uns auf deine finanziellen Aussichten konzentrieren, zeichnet das heutige Horoskop ein vielversprechendes Bild. Die himmlischen Konstellationen deuten auf aufregende Möglichkeiten im Bereich von Reichtum und Wohlstand hin. Halte Ausschau nach unerwarteten Geldgeschenken oder lukrativen Unternehmungen, die unerwartet deinen Weg kreuzen könnten. Deine Intuition wird dein Leitstern sein, also vertraue auf dein Bauchgefühl, wenn du finanzielle Entscheidungen triffst. Dies ist eine günstige Zeit für Investitionen, Gehaltsverhandlungen oder die Erschließung neuer Einkommensquellen. Bleib konzentriert und nutze den Tag, denn das Universum hat sich verschworen, um dein finanzielles Wohlergehen zu verbessern. Denke daran, deine Ressourcen weise zu verwalten, und du wirst bald die Früchte deines finanziellen Scharfsinns ernten. Mars, der zur Zeit in der Waage steht, bildet eine Opposition mit dem Zentauren Chiron, der im Widder rückläufig ist. Diese himmlische Konstellation ermutigt dich, dich von den Fesseln der Vergangenheit zu befreien und einen Neuanfang zu wagen. Es ist eine Zeit, in der du dich darauf konzentrierst, emotionale Wunden und Traumata zu heilen, damit du deine wahrhaftigen Gefühle offen zum Ausdruck bringen kannst. Lass dich auf Veränderungen und persönliches Wachstum ein, indem du bereit bist, deine Gewohnheiten zum Besseren zu verändern. Dies ist eine Gelegenheit, mit offenem Herzen und einer verjüngten Lebenseinstellung vorwärts zu gehen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Taro-Karten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Das Ast der Schwerter steht für Klarheit, Durchbrüche und die Kraft des Geistes. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute mit geistiger Klarheit ausgestattet bist und das Potenzial für einen bedeutenden Durchbruch hast. Sie steht für eine Zeit der tiefen Einsicht und einer neuen Perspektive. Das Ast der Schwerter ermutigt dich, deinen Intellekt und dein logisches Denken einzusetzen, um Verwirrung zu durchbrechen und Lösungen für Herausforderungen zu finden. Es erinnert dich daran, dass die Kraft deines Verstandes zur Wahrheit und Klarheit führen kann. Neben dem Ast der Schwerter haben wir den Magier. Diese Karte steht für Manifestation, Einfallsreichtum und die Macht, deine Realität zu erschaffen. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Fähigkeiten und Talente nutzen kannst, um deine Wünsche zu verwirklichen. Der Magier fordert dich auf, an deine Fähigkeiten zu glauben und deine Ziele proaktiv anzugehen. Er erinnert dich daran, dass du die Mittel hast, dein Schicksal zu gestalten und deine Visionen zu verwirklichen. Schließlich haben wir noch den Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du wieder an die Zukunft glaubst und eine Verbindung zu einer höheren Führung hast. Der Stern ermutigt dich, Hoffnung zu haben und an deine Träume zu glauben. Er erinnert dich daran, dass du, wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, Inspiration finden und einen Weg einschlagen kannst, der dich zur Erfüllung führt. Zusammen bilden das Ast der Schwerter, der Magier und der Stern eine kraftvolle Kombination aus geistiger Klarheit, Manifestation und Hoffnung für die Zukunft. Nutze heute die Energie des Ast der Schwerter, indem du deinen Verstand und dein Denken einsetzt, um Klarheit über die Herausforderungen zu gewinnen, vor denen du stehst. Suche nach Durchbrüchen und neuen Perspektiven. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Magiers, indem du proaktive Schritte in Richtung deiner Ziele unternimmst und an deine Fähigkeiten glaubst, deine Wünsche zu verwirklichen. Nutze deine Kreativität und deinen Einfallsreichtum, um deine Realität zu gestalten. Kanaliere die Energie des Sterns, indem du Hoffnung und Vertrauen in deine Träume und Bestrebungen hast. Lass dich von deiner wahren Bestimmung inspirieren und wähle den Weg, der dich zur Erfüllung führt. Diese Deutung steht für einen Tag der geistigen Klarheit, der Manifestation und der Hoffnung für die Zukunft. Lass dich von der Energie des Ast der Schwerter inspirieren, indem du nach Klarheit und Lösungen suchst. Nutze die transformativen Qualitäten des Magiers, um proaktiv auf deine Ziele zuzusteuern. Nutze schließlich die Führung des Sterns, um Hoffnung und Vertrauen in deine Träume zu haben und deiner wahren Bestimmung zu folgen. Erinnere dich daran, dass dein Geist ein mächtiges Werkzeug für Klarheit und Manifestation ist. Wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, kannst du Inspiration finden und eine Zukunft schaffen, die deine Wünsche erfüllt. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von geistiger Klarheit, kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017